Fluch und Segen, Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Folge, wo setze ich die Portale hin und wo fallen meine Gabelstapler hin und welche Versuchskaninchen sterben, wo? Level 16, Brücke 16, Fluch und Segen, habe ich das schon erwähnt, wenn nicht, dann jetzt. Oh, das Mikro steht. Oh ja, das passt schon. Ne, kommt auf, ich nehme auf, wunderbar, war ich mir gerade nicht so ganz sicher. Da ist ein Cube, warte mal. Ah, 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 nein, aufhören. Da ist ein Plöppel, da ist ein Cube, der Cube, äh, der Plöppel muss da hin, der... Wo ist er denn hin? Da. Da. Und, ne, Quatsch, Plöppel, da. Klönk. Ne, das wird nix. Klönk, klönk, das könnte was werden. Dann brauchen wir noch ein Portellchen für den Cube. Und das Cube, das Cube, der Cube, der muss da hin. Da muss auch einer hin, sehe ich gerade. Ähm, der muss nicht da hin. Der muss da hin. Weil so, hier kriege ich sonst nix hin. Oh. Ja. Ähm. Okay. Aber, ich, wir sind uns einig, dass da kein Gabelstapler hinkommt. Oh, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ne, ne, das ist Quatsch. So. So. Alright. Okay. Nein. Alter Knopf. Hm? Okay, das ist jetzt testen. Der muss jetzt halt optimal. Ja, ja. Nein. Scheiße. Ha, ha, ha. Das ist der. Der muss schneller sein. Äh. Das ist jetzt belastend. Möchte ich an der Stelle mal anmerken. Okay. Planänderung. Das kommt da hin. Das bleibt da. Okay. Was macht der Cube? Ja, der steht da gut. Ich behaupte mal ganz frech, dass es nicht des Rätsels Lösung. Machen wir das mal so. Ändert mal rein gar nichts an der Sache. Das kann ich auch nicht ändern. Das könnte ich ändern, das bringt mir nur nix. Das kann ich... Oh, hoppla. Äh. Äh. Aber ich könnte... Das so ein bisschen nach da, nach rechts bauen. Dann müsste der weiter oben rauskommen. Mit mehr Schwung und... Äh. Das passt der Winkel natürlich nicht. Kann ich das irgendwo anders machen? Kann ich tatsächlich? Huch. Eventuell so. Oh. Wie man sich da immer verschätzen tut. Oh, guck mal, wie smooth. Und jetzt bitte, 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 bitte. Perfektes Timing. So, das hätten wir schon mal. Äh. Äh. Mir fällt da gerade was auf. Die Stablinskis, die fahren hier gar nicht drauf. Ach doch, warte mal. Moment, 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 Moment. Moment. Ich kann noch ein paar Tale da hinsetzen. Alles ist gut, ich habe nichts gesagt. Oder wird lustig. Das wird lustig, jetzt sage ich euch. Die fallen hier rein, kommen da raus, fahren da lang, fallen da wieder rein. Das wird nie im Leben funktionieren, kommen da raus, klönk, klönk, und fahren da rein. So weit, so gut. Jetzt muss ich überlegen, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Das. Oh, 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 das ist jetzt, das ist belastend. Wie machen wir das denn? Der, der, ah, warte mal, das wird dadurch, okay. Alles ist gut, alles ist gut. Ich habe alles im Griff. Das wird nichts. Wie geht das? Das geht nicht. Okay, jetzt, jetzt wird es, jetzt wird es kritisch. Jetzt wird es kritisch. So, dann da wieder rein. Moment, ich habe es nicht da wieder. So, und jetzt. Da. Wo ist eigentlich das Ziel? Ach, da oben. Und dann da raus, easy. Gar kein Problem. Jetzt muss ich nur noch hier irgendwie eine, eine Brücke bauen. Oh je. Aber wobei, das sollte eigentlich machbar sein. Das biegt ja hier nichts, das Zeug, das Gegröße da. Also, das muss, das sollte halten. Kann ich hier noch einen? Jawohl. Guck mal, wunderbar. Das hält. Das hält. Ich sage doch, das hält. So, gehen wir das ganze Spektakel nochmal durch. Da Gabelinski. Geht, der fällt hier in das grüne Portal rein, kommt aus dem grünen wieder raus. Ist eigentlich, das müsste man nicht machen. Ich mache es trotzdem, weil es lustig ist. So, fährt dann über diesen Knopf, fährt in das lila Portal rein. Hoppala. Kommt aus dem lila raus. Der Laser ist weg, weil der wird hier mit deaktiviert. So weit, so gut. Dann fährt er über diese beiden Knöpfe. Diese beiden Knöpfe deaktivieren. Moment, ich muss die Linie folgen. Beziehungsweise aktivieren. Diese Falltüre, damit der Pirate da nichts mehr machen kann. Dann geht es durch das weiße Portal hier durch. Das kann ich übrigens runtersetzen. So. Dann geht es hier raus. Wir drücken den Knopf hier. Damit deaktivieren wir den Laser. Fahren hier unten in das Portal rein. Kommen hier wieder raus. Der Laser ist deaktiviert. Wir drücken diesen Knopf. Damit deaktivieren wir hier oben die Klappe. Der Turret wird dann weg. Dann geht es ins Gelbe rein. Ins Gelbe raus. Und wo wird die andere Sperre? Die wird durch diesen Ding desaktiviert. Durch den Cube, der dann da drauf fällt. Das hier wird deaktiviert. Das sollte eigentlich alles passen, ne? Habe ich irgendwas übersehen? Ich habe in der Tat was übersehen. Ich habe in der Tat was übersehen. Wie mache ich das denn jetzt? Das ist nicht möglich. Die Klappe ist unten. Na, wir probieren es mal aus. Wir fahren einfach mal. Was passiert? Äh, bitte was? Ah, der ist da reingekommen. Oh, nein. Okay. Ah. Ich glaube, das kann ich... Das muss ich, glaube ich, wegmachen. Äh. Oh. 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 Ich brauche nur irgendwo einen Platz. Doch, hier. Neh mal den. Zack. 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 Hoffentlich reicht das. Äh. Äh. Ja. Ja. Ach da. Ja. So. Soweit, so gut. Äh. Ich muss noch mal. Sehr elegant übrigens hier. Sehr elegant. Okay, die müssen beide. Ich kann das nicht mehr deaktivieren. Aber ich muss den... Ich muss auch... Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das funktioniert ja super. Das funktioniert ja super. Wie habe ich denn den jetzt... Hä? Warum waren die jetzt drauf? Moment. Mit dem... Nochmal. Mit dem Knopf habe ich es zugemacht. Richtig? Ja. Mit dem Knopf geht es zu. Mit dem auf kann das sein. Das heißt, ich darf nur den Knopf benutzen. Ja, Mann. Wie soll das denn gehen? Äh. Äh. Hilfe. 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 Ich suche gerade irgendwo einen Platz, wo ich noch was bauen kann, aber... Da ist nichts mehr. Der Zug ist abgefahren. Das ist jetzt belastend. Oder kann ich... Oder kann ich... Moment. Ich speichere das Ganze mal ab, damit man, falls ich jetzt komplett alles verhunze, ne? Das Grüne setze ich jetzt mal hier hin. Das Braune. Wo ist das Weiß jetzt hin? Machen wir mal weg. Das... Das Grün. Ne, warte mal. Das ist Quatsch da. So, das Grüne. Dann das Braune. Da. Zack. Liederne. Zack. Jetzt das Weiße. Ja, kein Problem. Oh. Naja, will nicht. Ich kann das aber eins höher setzen, dann sollte es passen. Ne, ist der Hänker. Äh. Das Braune. Da kommt der so beschissen raus. Warum eigentlich? Abchecken. Grün. Achso, deswegen. Nope. Das funktioniert schon mal nicht. Kann ich den erst mal runter setzen? Das, das... Ne, kann ich nicht. Ich kann das nicht versetzen. Äh. So weit wie möglich nach da. Oh, das geht sogar. So, zack. Ja, ja. Jetzt ist durch. Das ist ja total dumm, was ich hier mache. Moment. So rum. Äh. Hä? Weiß, dann ist das zu, zack, zack. Das brauche ich ja gar nicht. Aber doch, warte mal. Moment. Klar. Das kommt dann da hin. Hier gleich durch. So, und jetzt. Zack. Und jetzt habe ich keine Portale mehr. Okay, auch nicht schlecht. So, Klapp ist zu. Passt. Das hier sieht der, das ist, das ist Kunstton. Das muss so. Oh, wie knapp. Jawohl. Wieder aufmachen. Da durch. Plumps. Oh, 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 oh. Die Map ist cool. Die ist cool. Ich musste nur eine kleine Brücke bauen. Fällt mir gerade so auf. So, komm, Konvoi. Ob das was wird? Oh nein. Das passt. Das funktioniert. Es sind nur drei. Jawohl, guck mal, wie geil synchron. Wie awesome. Cool. 17. Ein Würfel, zwei Knöpfe. Ja, ich freue mich jetzt schon. Das hatten wir aber schon mal. Das ist jetzt nichts außergewöhnlich Neues oder so. Das ist auch ganz einfach. Ach, der Würfel, der kommt da raus. Der muss darauf liegen bleiben. Sehe ich das richtig? Der muss darauf liegen bleiben. Weil, ja genau, weil das ist so ein Druckknopf rum. Da muss das Gewicht drauf bleiben. Die anderen beiden ist egal. Hm. Interessant. Kann ich da ein Portal hinsetzen? Ja, kann ich. Okay, gut. Kann ich da ein Portal hinsetzen? Kann ich da ein Portal hinsetzen? Oh. Ich kann da auf die schrägen, ich kann da auf die schrägen ein Portal hinsetzen. Ja, kann ich nicht. Was? Ich habe keine Ahnung, ich bin raus. Nein. Hä? Aber hier kann man ein Portal hinsetzen. Ja, und hier kann man ein Portal hinsetzen. Ja. Jetzt wird es lustig. Ah, natürlich. So, hier muss noch ein paar Tal hin. Und. Da. Genau, weil dann, dann macht dieser Würfel, der geht hier runter, aktiviert das, geht durch das Portal, kommt hier oben wieder raus, plümm, da drauf. Und die beiden Köpfe sind auch aktiviert. Somit müsste eigentlich alles aktiviert sein. Bis der Gable Stabler da ist. Dass das hier im First Strike klappt, da wundere ich mich gerade auch. Okay, jetzt muss ich nur gucken, dass ich. Ja, okay, das ist ja, das ist ja jetzt. Aber wenn man, ganz ehrlich. Dann machen wir uns doch, machen wir uns doch keine Mühe. Hier baue ich doch nichts. Achso, warte mal, das ist ein Laser. Nicht deaktiviert. Der wird nicht deaktiviert. Okay. Ja, dann machen wir das halt so. Ist doch gar kein Problem. Dann bauen wir halt hier eine Brücke hin. Ist doch alles ja kein Problem. So. Ach, da können wir, da brauchen wir nicht mehr Seile. Guck mal, so einfach wird uns das hier gerade gemacht. Zack, zack, zack. Stabil. Ja gut, das ist jetzt. Ja gut, man könnte jetzt hergehen und hier noch ein bisschen das anders basteln. Ohne Seile, dann ist das nicht so. Dann wickelt das nicht so. Dann können wir das hier noch hin. Das können wir mal nicht. Aber wir können das so machen. Dann machen wir den noch mal ein bisschen länger. Dann hängen wir den hier hinten dran. Machen den noch eins nach unten. Dann ist das nicht so gut. Jetzt geht aber. Ja, guck mal. Jetzt ist es stabil. Guck mal. Habe ich jetzt schon gespeichert? Nö. Oh. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel für die Brücke. Da müsste ich eventuell noch mal ein bisschen nachbessern. Das passt nicht so ganz. Warum habe ich eigentlich hier ein Viereck drin? Wenn ich ja Depp hat und da wieder so getan hat, aber was kann und konnte doch nichts. So. Na ja. Ich bin zuvor, dass das besser hält. Der muss, die Brücke muss oben einhalten und gleichzeitig unten einhalten. Oh Gott. Oh Gott. So nicht. Braucht man das hier unten eigentlich? Wer kommt doch da rechts fix durch, oder? Oh ja. Überredet. Okay. Aber ich könnte das noch eins nach höher setzen. Und das auch noch eins nach oben setzen. Ich baue das ganz anders. Ich gehe komplett nach oben. Dann brauche ich das hier unten alles nicht. Das würde nicht funktionieren, aber... Oh, weil doch. Der Schwerpunkt liegt so ungefähr hier. Ja, guck mal. Das ist gerade jetzt gerade nicht so soft, Mann. Oh. Das sollte eigentlich jetzt nicht so passieren. Fällt nie nach unten. Oh je. Ich glaube, das war nicht so die allerbeste Idee hier. Machen wir das Ganze mal neu. Naja, schön ist was anderes. Das war jetzt nicht der Plan. Äh... Ähm... Jetzt kriege ich... Das kann jetzt nicht wahr sein. Ich brauche da nur eine Brücke, die sich nicht bewegt. Das kann jetzt nicht so schwierig sein. Das ist doch mal eine ordentliche Brücke. Okay, da kann nichts mehr schief gehen. Guck dir. Guck, guck es dir an. Wunderbar. Da kann man ja fast nur eine Kamera machen. Dann läuft die hier heute. Habe ich das gespeichert? Nächstes Level. Wo sind wir denn jetzt? 18, ne? 18. Hüpf, Häschen, hüpf. Naja, ich zeige dir noch nicht den Hasen. Äh... Welches Häschen? Oh, hier muss man viel bauen. Hier muss man viel bauen. Und Sprungsauce. Uiuiuiuiui. Uiuiui. Mache ich die jetzt doch? Ne, mache ich das doch nicht mehr. Ihr habt gerade spontan... Ich möchte jetzt was anderes spielen. Ne, Konzentration ist auch weg. Tut mir leid. Machen wir doch in der nächsten Folge. Habe mich gerade dazu entschieden. Also, Brücke 18. Nächste Folge. Tschüss. Ich habe jetzt Lust auf was anderes. Wo man sich nicht konzentrieren muss. Ich affreste es nicht so.